ja hallo und herzlich willkommen zurück bei fallout 4 ich bin hier in einer alten rocketwerkstatt um ja ja hab ein bisschen geplündert und hab das zeug jetzt tatsächlich auch hier wieder hier reingelegt was ich so gefunden habe einen haufen schrott den können wir irgendwann noch verwerten für unsere wohnungen und so weiter und so fort geschäftliche einträge mal gucken was es hier in dieser red rocket terminal so gibt neue ausrüstung installiert musste mich etwas mit der zentrale anlegen aber wir haben endlich alle werkzeuge um selbst unsere teile herzustellen wenn wir das nächste mal den gurtverschluss ändern müssen wir also nicht wieder den teuren corvega teile bestellen wir nehmen einfach einen von denen die wir haben und passen den an sehr schön okay rosa farbene restaurierung die witwe rosa aus sanctuary hills restauriert zusammen mit ihrem sohn einen alten corvega hübsch der der junge scheint etwas verzogen aber das ist wohl der grund dafür dass sie dieses projekt mit ihm durchzieht wie dem auch sei sie hat bisher hat das bisher verdammt gut hinbekommen ich war echt überrascht wie viel sie und der junge allein geschafft haben sie ist nur zu mir gekommen weil der motor noch etwas komplett zu kompliziert für sie war ich bin sicher wir können ihr helfen so sichere verwahrung jim kümmere dich um diese fässer bevor sie heute bevor du heute schluss machst die prüfer kommen direkt morgen früh versteck sie einfach bei den anderen wir überlegen uns später dann eine langfristige lösung hey was uns die natur mit einer höhle direkt unter dem laden beschenkt wie kann ich da nein hier ist also eine höhle direkt unter dem laden na da muss ich dann gleich mal gucken wie kann ich da nein sagen okay zurück service aufzeichnung für oktober bremsen von 250er fusion flair supreme ausgetauscht okay mittwoch das ist nicht so schade man muss halt immer das dinge durchlaufen lassen sonst bekommt man keine auswahl monatsinspektion des vortec vans keine größeren probleme aber der vertreter ist echt ein hochnäsiges arschloch auch der kam ja nicht ganz nett vor also wenn es dasselbe ist habe mit der arbeit an einem neuen motorrad begonnen vor kriegs modell was zuerst aussah wie ein verklemmter gashebel hat sich als ernsthaftes problem der haben mit der verkabelung rausgestellt die kabel sind fast alle überaltert ich tausche sie durch kabel aus platin aus wenn man das geld hat kühldeck in einem der neuen 277er corvega coupés transparente fahrgastzelle sind auch nicht mehr was sie mal waren also hier ist überhaupt nichts mehr was es mal war atomare lichtmaschine von der 2730er corvega ausgetauscht ja offensichtlich tap verlassen genau so wollte ich das haben so offensichtlich gibt es hier sehr abgenutztes klemmbrett nehmen wir noch mit sehr viel zum zu entdecken unter anderem halt irgendwo muss eine höhle sein wo der zugang dazu ist kann ich jetzt nicht sagen aber dürfte ja eigentlich nicht weit weg sein so ist hier ist das labor was haben wir denn hier hinten noch eine rüstungswerkstatt und eine mäßigenlaterne hier können wir die rüstung anpassen so ohne extras unsere world anzug alles klar enter verlassen raus da kann ich ein paar schweine braten wenn ich welche hatte kochstation ich wusste es doch auch wenn ich eine kochmütze auf habe ich muss aber jetzt mal gucken hier soll doch irgendwo ich habe das doch richtig gehört hier ist irgendwo und die such mal eine höhle wo willst du denn hin hast du was entdeckt weiß ich nicht komm mal zu mir komm mal zu mir nuka cola geht es hier vielleicht runter okay und die hat ihren weg schon gefunden was ist das denn von vieh stechmücken riesige stechmücken was gibt es hier für viecher man haarbürste warum hatte ich eine haarbürste mit so wo ist denn die andere die ich erschlossen habe ein brahmin eine zweiköpfige kuh tja die kennt das noch nicht jeder aus voller vier weiß das aber die oder jeder aus voller aus der voller dreier weiß dass es nur noch zweiköpfige kühle gibt aber die nicht leuchtet das immer so ist ja cool gut gemacht so ich suche jetzt eigentlich hier nach einem höhleneingang leute also eigentlich wenn dann müsste es ja hier runter gehen weil wenn die höhle direkt runter ist ich habe ja drinnen keinen eingang gefunden ah vielleicht finden wir ja da noch was hirnpilz löscher das haben wir schraubenschlüssel schraubenschlüssel nehmen wir alles mit einen leuchtenden pilz ok ein maulwurstrattenbau ah verdammt da sollte ich mich vielleicht nicht so gleich rein wagen aber naja ok drinnen sind wir hirnpilz ah folge folge 3 eigentlich schon äh quatsch folge 6 schon und äh wir sind immer noch keinem einzigen anderen menschen begegnet ooooh waren das alle? mal schauen maulwurstrattenleder ok hier gibt es auf jeden fall viel viele schöne pilze aha such mal mit und die leuchtenden pilz nehmen wir auch mit einen pümpel juhu dann müssen wir gleich mal gucken ob der vielleicht als Schlagstock geeignet ist oder besser geeignet ist als der Schlagstock den wir haben eigentlich nicht aber der war ja auch schon in Klappfoller 2 schon allein einsetzbar den wir sind nehmen wir auch mit Kern Kern ist immer eine gute Idee oh hier ein Seesack mit einer 37er Patrouille Molotow Cockrails Impro Pistole und einem Bunsenbrenner äh ernten wir hier ernten wir da alles gut hä Kleiner hey handeln kannst du eigentlich tragen kann ich dir einen Besen geben ich kann dir einen Besen geben mhm ok also weiß ich wenn ich mal zu wenig ähm Inventarplatz habe der Wauwau der schleppt auch einen Besen für mich ok soll ich den Pilz oh oh Radioaktivität ich will hier nur ganz schnell mal gucken Fusionskern nehmen wir mit das hier ich will nicht lange bleiben was Mr. Benson im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team die Auszeichnung Mülljäger 2076 ähm für die Auszeichnung Mülljäger 2076 gratulieren die dem Geschäft mit der höchsten Abfallvermeidung verliehen wird Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimage und wir begrüßen Ihre innovativen Ansichten in dieser Hinsicht mit freundlichen Grußen Gerald Phillips naja ok ich würde mal sagen haben Sie sich ein bisschen geirrt so wir gehen mal von von hier raus ich hoffe ich weiß nicht ob die Verstrahlung von alleine sinkt langsam oder ob wir die dann wirklich mit Red Eggs killen müssen wir haben ja auf jeden Fall schon ein bisschen Verstrahlung eingefangen wie man sieht naja zählt manchmal nichts so wieder raus in die Oberwelt sollten übrigens irgendwo mal die Ladebildschirme zu lange dauern ja könnt ihr schon damit rechnen wobei das eigentlich jetzt momentan schon relativ flott geht kann mich nicht beschweren aber wenn es denn so sein sollte dürft ihr durchaus damit rechnen dass ich dann sage ok wisst ihr was und die alles klar wisst ihr was ich cutte da kurz und mach da einen kleinen Schnitt rein so Hunter hat das gewollte und hat einen Gegner entdeckt uuuh so von der Seite danke Hund Hund hat mich gewarnt so welche Richtung müssen wir denn ich geh mal hier runter ich weiß ich weiß echt nicht in welche Richtung es jetzt geht steht zwar ich könnte zwar mal auf die Karte gucken ich denke mal beide Wege führen nach Komet so Kronkorkenvorrat nehmen wir mit Nuka Cola Quantum Zuckerbomben die Quantum Nuka Cola ist tatsächlich übrigens mit radioaktivem Material verstrahlt worden weiß man alles aus dem Vollkang erteilen wie gesagt bisschen was kann man ja erklären oh ne H-Klammerbox mit vier H-Klammern jayy Befehl ok ne Chemikalienkiste gehen wir mal wieder runter komm 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 Hundi was achso entdeckt Concorde gut dann sind wir ja richtig die Tür geht nicht na gut ich denke mal ein bisschen was darf auch gerne zu bleiben sonst kommen wir ja nicht an wo wir ankommen sollen so aber hier soll es auf jeden Fall eigentlich Menschen geben ich sehe hier noch keinen mhm also mich natürlich oh aber ich höre auf jeden Fall menschliche Geräusche und die sind nicht so die die man unbedingt hören will oh da knallt es aber gewaltig Raider Raider sind glaube ich die Bösen dann helfen wir mal gegen Raider wo ist von wo ok ich hoffe mal ich habe die richtigen abgeknallt Raider ja hallo nackte ok hey hier oben auf dem Balkon hier drin ist eine Gruppe Siedler die Raider sind schon fast durch die Tür schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns bitte welche Lasermuskete ich sehe keine ach die da so Zeitreisen für Anfänger sind wir schon wieder weiter die Lederkombi ich nehme natürlich alles mit was ich finden kann auch eine Lasermuskete so Zeitreisen für Anfänger Level ab haben wir auch du hast folgendes Level erreicht 3 Tab halten um ein Menü des Skills zu öffnen Freiheit ruft begonnen optional nehmen die Lasermuskete optional nehmen die Lasermuskete ok nehmen wir natürlich wenn wir schon mal wissen wie es geht Impro Pistole Automatik Molotow Cocktail ja wo ist sie denn huch nicht umschalten muss ich so runter scrollen nein geht nicht seht ihr das ach da ist sie Lasermuskete ok ausrüsten und zwar auf die 4 ok und jetzt gehen wir mal auf Stats Glück 5 plus 1 ja weil wir halt 1 dazu bekommen haben genau Skills Baba kritische Treffer bei Waffenlosen und Nahkampftreffern versuchen haben verursachen 5% mehr Schaden ist doch schon schön Daten Stats Skills Level up da ok Hartes Kampftraming so jetzt kann ich hier ein bisschen Leveln Enter auswählen Klammer 2 Alt nächster Rang so wir haben hier wir gehen mal auf Wahrnehmung Intelligenz ich gehe mal auf Charisma weil ich sollte ja mit den Leuten reden können Auswahl bestätigen Überzeugen verführen jetzt bestimmt deine Überechtigungskünste beim Handeln und ähm du hältst er sofort zu einem Punkt Auswahl bestätigen jo ach so geht das okay so Charisma haben wir ins Hoch Ausdauertraining Wahrnehmungstraining mhm mhm schwere Sache ich weiß es noch nicht Stärke können wir auch gebrauchen kann ich mehr schleppen Ausdauer wäre vielleicht nicht schlecht so ok ähm du hältst sofort einen Punkt Wahrnehmungstraining und äh Alt wäre nächster Rang ich will mal gucken Charisma Alt einfach mal gucken Zip ach so Control vorheriger Rang mhm noch ganz so klar komme ich hier mit den Perks nicht so aber das wird schon noch werden so habe ich noch welche eigentlich da siehst du das wollte ich gucken Beweglichkeit 4, 5, 6 Charisma haben wir schon schön da freue ich mich 5 Ausdauer nochmal T-Skill-Tabelle Stärke wir hauen mal was auf Stärke Tab ähm ach geht nicht weil ich nichts mehr habe zum draufhauen ok na klar logischerweise also Tab schließen raus und ähm mit der 4 ausgerüstet diese Laser-Kanone da ähm ich sehe hier nur niemanden aber was ich mal machen könnte siehst du das gefällt mir auch gerade ein Augenblick bin nochmal im Inventar Klamotten so gelber Filzhut hat Wahrnehmung plus 1 Gurtzeug Schadensresistenz plus 1 dann nehmen wir mal den Gurt den Filzhut naja Wahrnehmung plus 1 kann man auch nehmen Lederkombi Lederrüstung rechts und links mhm ok ok Miliznud hat Charisma plus 1 Minutemen-Outfit aha dadurch ist die Lederkombi ausgeschalten ähm Wahrnehmung und Bewegung und die Lederkombi hat Schadensresistenz 2 aha Gewicht 2 Raider-Outfit linkes Bein ja also hier sieht man wir hatten viel mehr Ausrüstung man muss schon einiges machen so Sackkapuze mit Schleichen Schadensresistenz gegen Strahlung die hätten wir vorher mal brauchen können Sommerkleidung Sturmgasmaske Vaultanzug Vault-Tec Laborkittel ich geh mal kurz raus ja wir sehen schon ein bisschen anders aus jetzt ok so die haben wir nackig ausgezogen ich würde mal sagen wir gehen mal rein ins Museum der Freiheit Museum der Freiheit in so einer Situation auch ein merkwürdiger Name aber ok oh man hier drin knallt es doch gewaltig ähm erstmal nachladen denk ich mal oh cooler Effekt pjuu pjuu achso ich sag bloß ich muss jedes mal nachladen pjuu ist ist einfach los ja ja ich mir schon wow 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 meine Fresse britische Besatzer was abgeschlossen so kann ich ne kann ich nicht hm ist aber auch schwer hier zu zielen den haben wir erwischt oh von hier oben haben wir noch was und den haben wir nicht getroffen und den haben wir nicht getroffen huuuu ja Dogmeat macht das ich muss wieder rein wie ging denn das Watz gleich zu aktivieren ich bin mir nicht sicher da muss ich dann nochmal nachgucken in der Folgenpause oder sowas ich muss aber erstmal den den Typen da drüben mhm den ich nicht platt machen kann na gut dann plündern wir erstmal oh ich seh gerade ich muss vielleicht äh erstmal ein bisschen auf mein eigenes Leben achten uiuiui ich geh mal kurz hier hinten in Deckung ja ja keine britischen Besatzer mehr ist egal eben schnell speichern ich hab nämlich noch keine Ahnung welche Tastenkombi das ist und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder da werde ich erstmal mich ein bisschen hochheilen und äh bis zum nächsten mal Leute bis denn tschuuu